hallo und willkommen zu einem neuen mainboard guide schön dass ihr wieder eingeschaltet habt wir kümmern uns heute um das msi b550 pro ein sockel arm 4 mainboard also nicht mehr die aktuelle amd sockel arm 5 generation trotzdem könnt ihr mit dem amd sockel arm 4 nach wie vor sehr gute und vor allem günstige gaming pcs bauen vor allem wenn ihr keine vierstelligen euro beträge bezahlen wollt das komplette systeme zu diesem mainboard konntet ihr in den letzten wochen auf meinem kanal bereits schon anschauen das aufstellungsvideo ist vor vier wochen mittlerweile auf dem kanal gelaufen das kommt jetzt direkt mal mit oben in der infobox da zeige ich euch die komplette aufstellung für das ganze gaming systeme vor drei wochen kam dann der timelapse bild und vorige woche hatten wir uns spiele benchmarks angeschaut für das system einmal in full hd in wqhd und sogar in 4k obwohl 4k dann eher doch schon so ein kleiner bonus war die grafikkarte zum system ist dafür eigentlich nicht ausgelegt das verrate ich euch jetzt nicht welches modell da müsst ihr unbedingt mal oben aus der infobox euch das aufstellungsvideo und timelapse bild video anschauen natürlich auch das spiele benchmarks video auf jeden fall auch würde ich mich auf jeden fall freuen ja und heute werden wir uns dem mainboard noch mal im separaten widmen wir besprechen die ausstattung des mainboards sprechen über die anschlüsse und am ende soll für euch dann ein recht informatives video herauskommen ob es vielleicht sinn macht für euch auch noch auf sockel arm 4 zu setzen und wer schon länger dabei ist der weiß wie das abläuft wir schauen uns zuallererst mal den inhalt des mainboard kartons an der inhalt des ganzen ist natürlich leicht überschaubar das ist auch bei vielen höherpreisigen mainboards mittlerweile schon standard geworden ist eine bisschen traurige entwicklung vor allem wenn man bedenkt dass aktuelle mainboards nochmal 40 50 50 60 euro mehr kosten obwohl sie gleichwertig ausgestattet sind wir haben hier das mainboard ist glaube ich ganz klar dann haben wir hier einmal zwei serie rta kabel das ist selbst bei aktuellen high end platinen nicht mal mehr im lieferumfang vorhanden in vielen fällen sind es nur noch ein serie rta kabel die hersteller sagen sich halt ja festplatten werden aktuell nur noch im nvme format sinnigerweise gekauft sata ssds im zweieinhalb zoll format sind eher so ein auslauf modell mag auf jeden fall schon sein aber es gibt ja auch noch andere möglichkeiten serie rta laufwerke zu nutzen zum beispiel ein dvd laufwerk im blu-ray laufwerk die eventuellen brenner pendants irgendein anderes zweieinhalb zoll oder dreieinhalb zoll laufwerk eine hdd zum beispiel wenn ihr sehr viel speicher benötigt als datengrab ist immer noch eine recht valide wahl vor allem weil sie eben nicht so teuer sind gegenüber ssd speicher und ja bei aktuellen boards gibt es trotzdem immer nur noch ein kabel und das ist leider der zahn der zeit trotzdem sind die boards immer noch sehr sehr viel teils doppelt so teuer gegenüber den sockel arm vier pendants was gibt es noch im lieferumfang hier drüben gibt es kleine schräubchen für die nvme ssds damit er diese auch auf dem mainboard befestigen könnt muss auf alle fälle dabei sein sonst könnt ihr eure nvmes nicht adäquat nutzen dann gibt es naja ein handbuch ist übertrieben gesagt eine kleine schnellanleitung die zeiten an denen ihr ein richtiges büschlein in der hand habt sind auch gezählt die einen finden es gut klar wir haben ein paar bäume gespart auf die ganzen mainboard massen so ein handbuch ist finde ich auch im jahr 2024 eigentlich immer noch eine recht sinnvolle sache es ist einfach wesentlich angenehmer die informationen aus dem heftchen herauszuholen was jetzt noch fehlt ist ganz wichtig das shield das müssen wir zwingend erst ins gehäuse einbauen bevor wir dann das mainboard einsetzen können würdet ihr das nicht machen hättet ihr hinten an der rückseite eures gehäuses eine hässliche blöde stelle wo es nicht sehr gut aussieht deswegen das iosheat ist bei höherpreisigen modellen immer schon montiert bei so mainboards um die 100 euro müsst ihr dann meistens noch dieses iosheat vorher in das gehäuse klemmen ist kein großer beinbruch dafür kostet die platine auch unter 100 euro so 95 euro zirka aktuell bei guide sites ich denke da kann man schon mal auf ein paar kleine komfortfunktionen verzichten MSI bietet euch einen sehr günstigen einstieg in amd sockel arm 4 welt die plattform ist natürlich nicht mehr aktuell es gibt sockel arm 5 platinen schon seit einigen monaten auf den markt aber mit dieser plattform dem b550 chips hat habt ihr einen perfekten einstieg für einen günstigen gaming rechner der keine vierstelligen euro beträge kosten soll und das b550 a pro ist hier eine sehr gute wahl MSI bietet euch sämtliche anschlüsse die er für einen modernen gaming pc braucht ihr habt pc express 4.0 unterstützung auf dem ersten grafikkartenslot genauso auch auf den m2 slots genauso gibt es noch serie atr steckplätze für hdds und ssds und jede menge weitere anschlussmöglichkeiten aber keine bange die besprechen wir jetzt natürlich gleich noch alle ausführlich im video starten wollen wir wie immer mit den spannungswandler kühlern und hier hat MSI auf jeden fall sich nicht lumpen lassen die reichen auf jeden fall aus um den allseits beliebten ryzen 7 5800 x 3d auf dem mainboard betreiben zu können aber auch so in den 16 kerner wie in 5950 x würde hier auf jeden fall mit diesem board nutzbar sein für die stromversorgung kommt ein 8 pin atx stromstecker links oben in der ecke zum einsatz und für den rest der komponenten gibt es den standardisierten 24 poligen atx stromstecker hier sieht man auch dass das übertaktungspotenzial mit dieser platine eher nicht gegeben ist hier wäre dann sinnigerweise ein x570 mainboard die erste wahl für die unterstützung des arbeitsspeichers habt ihr insgesamt vier slots zur verfügung dabei gibt es noch eine kleine besonderheit ihr könnt den zweiten und den vierten slot im sogenannten dual channel stecken also zwei module auf dem a2 und b2 wären dann der dual channel und ihr habt ihr dann um ein paar prozentpunkte verbesserte fps in euren games diese beiden slots sollten auf jeden fall zuerst bedient werden wollte irgendwann mal nachrüsten mit mehr arbeitsspeicher dann könnt ihr das natürlich tun allerdings verliert ihr dann diesen dual channel bonus es ist theoretisch vernachlässigbar klar er hat ein paar fps mehr aber wenn ihr später mal nachrüsten wollt dann könnt ihr das auf jeden fall mit den zwei weiteren ram slots machen das board bietet euch durch den sockel arm 4 hier auch leider nur ddr4 ram bänke diese laufen dann aber bis zu 4400 mega transfers im oz der sweet spot bei den ryzen 5000 prozessoren und natürlich auch bei den darunter liegenden liegt bei 3600 megahertz darunter solltet ihr auf keinen fall module kaufen dann würdet ihr wieder leistung liegen lassen die empfehlung liegt hier ganz klar bei 3600 mega transfers wenn ihr darüber geht könnt ihr das natürlich tun es ist vom leistungsunterschied allerdings wieder zu vernachlässigen hier gibt es nur noch prozentwerte im niedrigen einstelligen bereich die ihr dann noch eventuell oben drauf bekommt je nach game der preis dafür steigt umso mehr deswegen sind 3600 megahertz preis leistungstechnisch die absolut beste wahl weiter geht's mit dem pc express slots für erweiterungskarten wir haben den oberen x16 pc express 4.0 slots der sollte zwingend immer für eure grafikkarte genutzt werden denn dieser läuft mit der vollen x16 bandbreite dieser wird also mit 16 lanes vom prozessor direkt angesprochen und kann somit die optimale geschwindigkeit umsetzen der zweite lange x16 slot wäre natürlich vermeintlich auch für eine grafikkarte geeignet ihr könntet diese auch physisch in diesen slot einstecken das problem an der sache ist nicht nur dass es hier leider nur pc express 3.0 geschwindigkeit gibt dieser slot wird zusätzlich auch nur mit x4 also mit vier lanes vom chipsatz angesprochen ihr verliert also acht lanes und das ist dann schon massiv für eure grafikkarte deswegen immer den oberen slot für euren pixel schubser nutzen eine besonderheit zu dem zweiten langen x16 slot gibt es leider auch noch wenn ihr den zweiten m2 nvme steckplatz verwendet dann wird der lange pc express 3.0 x16 slot deaktiviert denn der chipsatz kann nicht genügend leiterbahnen also lanes zur verfügung stellen um alle slots ansprechen zu können das ist leider eine kleine limitierung des b550 chipsatzes mit diesem problem sind alle hersteller konfrontiert hier ist msi nicht allein die zwei kleinen pc express 3.0 x1 slot runden das erweiterungs steckkarten angebot ab hier habt ihr also die möglichkeit usb erweiterungskarten capture karten oder eine soundkarte anzuschließen und bei diesen slots braucht ihr keine angst haben die werden nicht geteilt mit anderen steckplätzen jetzt habe ich euch schon ganz kurz was von m2 nvme steckplätzen erzählt machen wir mit dem auch gleich weiter wir haben insgesamt zwei slots auf der platine zur verfügung der obere der mit einem kühlkörper hier noch versehen ist bietet euch eine pc express 4.0 schnittstelle für moderne nvme m2 ssds und dieser wird mit vollen vier lanes also x4 geschwindigkeit vom prozessor angesprochen der zweite m2 unterstrich 2 slot den ihr für eine nvme ssd verwenden könnt bietet euch maximal pc express 3.0 geschwindigkeit das liegt daran dieser wird direkt vom b550 chips satz angesprochen ihr bekommt zwar volle vier lanes vom chips satz hier kommt aber leider wieder die limitierung des b550 chips satzes zu tragen ich hatte euch gerade schon erklärt sobald ihr den zweiten m2 steckplatz verwendet verliert ihr den support für den langen x16 slot für erweiterungskarten mit den zweiten m2 steckplätzen war es das aber noch nicht vier möglichkeiten festplatten in eurem system unterzubringen auf die herkömmliche sata schnittstelle müsst ihr natürlich nicht verzichten und hier bekommt ihr immerhin sechs ports mit der theoretischen schnellen sechs gigabyte pro sekunde anbindung das hört sich in der theorie leider sehr viel besser an als es letztlich ist so eine sata ssd die besten modelle laufen so um die 550 megabyte pro sekunde im lesen und schreiben weiter geht's mit den usb anschlussmöglichkeiten und hier bietet euch das port einen usb typ c header dieser läuft aber leider nicht mit der für den anschluss zu erwartenden geschwindigkeit ihr habt ihr nur usb 3.2 gen 1 also mit 5 gigabit pro sekunde trotzdem könnt ihr hier zum beispiel einen usb typ c anschluss an eurem gehäuse mit diesem internen port verbinden und habt so dann zumindestens den physischen anschluss für alle geräte die einen usb typ c anschluss voraussetzen weiter geht's mit dem nächsten usb anschluss hier mit der 3.0 version und der läuft ebenso mit einer geschwindigkeit von 3.2 gen 1 also ebenfalls mit 5 gigabit pro sekunde direkt daneben finden wir die etwas älteren usb 2.0 anschlüsse die laufen mit einer übertragungsrate von 480 megabyte pro sekunde hört sich auf den ersten blick erstmal ein bisschen antiquiert an aber sie haben nach wie vor ihre daseinsberechtigung denn viele interne geräte nutzen die usb 3.0 geschwindigkeit einfach nicht aus und deswegen reichen dann auch die kleineren zwei nuller das wären zum beispiel rgb controller die ja dann ganz bequem intern mit so einem usb 2.0 über das mainboard steuern könnt die wichtigen anschlüsse vier erweiterungskarten festplatten und sonstige hardware haben wir jetzt durchgesprochen jetzt kommen wir zu den lüfteranschlüssen und hier bietet euch msi eine unfassbar große anzahl von 84 pin pvm connectern und das ist für diese preisklasse schon wirklich richtig stark der erste rechts oben oberhalb des ersten ramslots ist für einen cpu kühler vorgesehen also alle lüfter die an eurer tower kühllösung angebracht sind könnt ihr dann mit diesen ersten cpu fan anschluss bedienen der zweite wäre dann für eine eventuell vorhandene aio wasserpumpe vorgesehen hier könnt ihr natürlich dann auch für eure eventuell vorhandene custom wasser kühlungs pumpe diesen anschluss nutzen und dann geht es der reihe nach um das mainboard herum system fan 1 system fan 2 3 4 5 und 6 alle sechs ports sind 4 4 pin pvm lüfter vorgesehen somit könnt ihr dann auf eine reihenschaltung eure lüfter komplett verzichten und könntet somit jeden einzelnen lüfter einzeln mit dem mainboard steuern mehr als sechs lüfter sind dann schon fast wieder luxus in einem system 3 in der front zwei oder theoretisch drei oben im deckel und einer in der rückwand da kommt ihr insgesamt auf sechs gehäuse lüfter habt ihr natürlich noch mehr dann wäre es natürlich sinnvoll ein oder zwei lüfter in reihe zu schalten aber ich denke für den standard gaming rechner sind sechs lüfter auf jeden fall schon richtig stark und die wären mit diesem mainboard ohne probleme zu steuern andersherum könnte man es dann auch so sagen ihr habt jede menge möglichkeiten eure lüfter über das kabelmanagement ideal mit dem mainboard zu verbinden falls die kabel vielleicht ein bisschen kurz sind und an der einen stelle nicht mehr ganz reichen dann habt ihr eben noch eine andere stelle am mainboard wo ihr rangehen könnt zum beispiel system fan 5 und system fan 4 die unten an der platine angebracht sind oder der system fan 6 der direkt unter dem spannungswandler kühler sitzt also hier habt ihr echt alle möglichkeiten um eure lüfter mit dem mainboard zu verbinden was natürlich ebenfalls nicht fehlen darf sind die anschlüsse für euer frontpanel jfp1 und jfp2 unter jfp1 finden wir links oben den anschluss für die power led links unten für die hd led rechts oben für euren power anschluss und rechts unten für den reset knopf manche gehäuse bieten euch leider nicht mehr für alle ports den passenden stecker sollte das bei euch der fall sein dann lasst ihr diesen natürlich einfach frei und der jfp2 dient für einen mainboard speaker also euer mainboard kann falls es irgendwelche probleme hat über diesen speaker einen ton ausgeben oder zwei oder drei oder eine reihenfolge eine kombination aus verschiedenen tönen und nach diesen könnt ihr dann analysieren welcher fehler vorliegt leider gibt dieses speaker nicht mehr zum mainboard umfang dazu ansonsten gab es die eigentlich meistens noch zu gehäusen mit dazu im lieferumfang auch das ist mittlerweile sehr selten geworden falls sie gerne pieptöne mit eurem mainboard ausgeben möchtet dann müsstet ihr leider diesen im handel euch separat noch erwerben und dann an diesen jfp1 kontakt anschließen und ebenfalls für das frontpanel ist der jout 1 anschluss der es für eventuell vorhandene headset und mikrofon klinke stecker vorgesehen dieser befindet sich nahezu bei allen platinen immer links unten in der ecke direkt darüber findet ihr dann auch gleich noch den dazugehörigen sound chip auch dieser ist natürlich unablässig für die funktion vom sound auf einer platine hier kommt leider auch wieder nur der quäkische alc897 chip zum einsatz ja und das ist durchaus sehr traurig obwohl man sagen muss bei einer b550 platine die so 95 euro circa kostet ist das durchaus vielleicht noch zu verkraften allerdings wird dieser sound chip auch auf den am5 platinen verlötet msi bietet zum beispiel beim b650 gaming wifi mainboard 155 bis 160 euro circa genau den gleichen chip und auch hier kann man es echt einfach nicht mehr verstehen es gibt auch vergleichbaren x570 platinen die genau denselben preis haben oder vielleicht sogar noch ein bisschen günstiger einen alt 1200 sound chip zum beispiel auch davon gab es schon mainboards auf meinem kanal ich verlinke euch gleich mal eins oben in der infobox es geht also auch wenn man das möchte als mainboard hersteller die kosten sind garantiert ein bisschen teurer gegenüber so einem alc897 findet ihr eine platine die für euch noch bezahlbar ist und es ist ein alc1200 verlötet dann kauft euch das mainboard eure ohren werden es auf jeden fall genießen man muss es an dieser stelle ganz klar differenzieren die 95 euro welche für das msi b450a pro aufgerufen werden gehen auf alle fälle mit diesem chip in ordnung das kann man schon so sagen kauft ihr allerdings teurere am5 platinen auf denen der gleiche soundchip verlötet ist geht dann der preis meiner meinung nach definitiv nicht mehr in ordnung aber auch das behalte ich bei den entsprechenden mainboard guides auf meinem kanal schon mit erwähnt und was ich ebenfalls nicht unerwähnt lassen möchte wir haben eine mainboard batterie die unterhalb des ersten grafikkartenslots angebracht ist nutzt ihr euren rechner länger als fünf jahre oder vielleicht zehn jahre dann kann es durchaus sein dass die energie aufgebraucht wird falls das bei euch der fall sein sollte dann merkt ihr das indem euer mainboard eure eventuell eingestellten mainboard einstellungen nicht behalten kann und immer wieder auf die werkseinstellungen zurückgesetzt wird hier würde dann einfach ein simpler wechsel der mainboard batterie eine cr2032 abhilfe schaffen fast sind wir mit allen relevanten wichtigen internen anschlüssen durch was jetzt noch fehlt viele von euch werden sicherlich wissen für alle rgb fetischisten unter euch gibt es natürlich auch anschlüsse für die leuchtenden bling bling geräte und hier bietet euch msi insgesamt drei anschluss möglichkeiten der erste j rainbow 1 ist ein 5 volt drei pin rgb anschluss dieser befindet sich rechts unten in der ecke der platine oberhalb der front panel anschlüsse diese könntet ihr dann für aktuelle rgb komponenten wie lüfter oder auch rgb streifen nutzen ganz wichtig aber hier an dieser stelle schließt eure 5 volt rgb geräte nicht an einen 12 volt rgb anschluss an kommen wir gleich noch dazu hier müsst ihr wirklich zwingend unterscheiden zwischen 12 volt und 5 volt sonst gibt es beschädigungen an euren geräten der zweite 5 volt rgb anschluss befindet sich rechts oben in der ecke der platine oberhalb der ram bänke j rainbow 2 der ist physisch und anschlusstechnisch genau dasselbe funktioniert wie j rainbow 1 und der dritte im bunde ist genau der angesprochene 4 pin 12 volt rgb anschluss hier passen wirklich nur die 4 pin geräte an diesen anschluss dran physisch könnte natürlich auch die 12 volt 4 pin stecker an einen 3 pin 5 volt stecker anschließende wäre aber wie gesagt nicht so dienlich umgedreht könntet ihr allerdings den 5 volt rgb 3 pin stecker nicht mit diesen 12 volt 4 pin anschluss verbinden damit sind wir mit allen internen relevanten anschlüssen durch was jetzt noch fehlt ist das io shield und natürlich schauen wir uns das auch noch mit im detail an hier gibt es natürlich ebenfalls noch mal sehr viele interessante anschlüsse und wir starten wie immer links mit dem ersten anschluss oder in dem fall ein button das ist der sogenannte flash bios button mit dem könntet ihr dann euer bios ohne ein komplett fertig aufgebautes system auf die aktuellste version flächen hier benötigt ihr dann einen extra vorbereiteten usb stick mit dem aktuellen bios diesen schließt ihr dann an den dafür vorbereiteten usb anschluss und könnt dann den flash button betätigen und euer main wird muss natürlich mit strom verbunden sein das ist ganz klar aber ansonsten läuft das komplett ohne prozessor grafikkarte und sonstiger peripherie ab rechts daneben geht es dann weiter mit dem altehrwürdigen ps2 anschluss der ist für mäuse oder tastatoren vorgesehen früher gab es da jeweils einen für eine maus und eine tastatur mittlerweile gibt es nur noch einen einzelnen oder eigentlich gar keinen mehr viele mainboard hersteller sparen diesen mittlerweile und nutzen dafür weitere usb anschlüsse hier ist er noch mit dabei und falls ihr noch eine ältere tastatur zum beispiel habt könntet ihr diesen anschluss nutzen direkt darunter kommen dann schon die ersten usb 2.0 ports zwei weitere finden wir dann in der mitte der platine das sind leider vier langsamere anschlüsse mit 480 megabyte pro sekunde trotzdem haben sie ihre daseinsberechtigung denn hier werden idealerweise eine maus eine tastatur oder ein eventuell vorhandener drucker angeschlossen denn diese benötigen keine exorbitant hohe übertragungsraten bei den usb ports genau in der mitte findet ihr zwei monitorausgänge einmal einen displayport und einen hdmi port diese beiden anschlüsse könnt ihr immer dann nutzen wenn ihr keine extra dedizierte grafikkarte für euer system plant habt ihr euch für eine apu entschieden ein ryzen 5 5600 g zum beispiel oder einen ryzen 7 5700 g dann könnt ihr genau diese beiden monitor ausgänge nutzen denn die prozessoren haben eine integrierte grafikeinheit die auch durchaus für das ein oder andere spielchen geeignet ist und dann könnt ihr eben euren monitor über den displayport oder hdmi port für eine grafik ausgabe überreden mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen nutzt ihr eine extra dedizierte grafikkarte dann müsst ihr natürlich über die ausgänge von dieser gehen direkt neben den usb 2.0 steckplätzen findet ihr zwei blaue das sind die usb 3.2 gen 1 ports die genauso wie die internen welche wir uns vorhin schon angeschaut haben mit einer geschwindigkeit von 5 gigabit pro sekunde laufen direkt darüber findet ihr den gigabit lan anschluss hier ist ein realtech 811 h gigabit lan controller auf der platine verlötet und jetzt wird es ein bisschen spannender denn die beiden usb ports hier mit der roten farbe markiert signalisieren natürlich hier ist definitiv mehr geschwindigkeit am start und genau so ist es auch der obere usb typ a stecker ist ein usb 3.2 gen 2 port der läuft mit einer übertragungsrate von maximal 10 gigabit pro sekunde und der untere ist der neuwertigere usb typ c stecker und auch der läuft mit der gleichen geschwindigkeit usb 3.2 gen 2 mit ebenfalls 10 gigabit pro sekunde und zum abschluss kommen wir jetzt zu einer wirklich wieder positiven überraschung der alt c897 gehört eher zur mittleren bis unteren kategorie trotzdem hat euch msi hier die möglichkeit gegeben ein zum beispiel 5.1 sound system mit eurem system zu verbinden das ist auf jeden fall positiv auch wenn der alt c897 nicht unbedingt dafür gedacht ist einem super tollen 5.1 sound auszugeben man muss immer bedenken wie viel diese platine kostet im vergleich vor allem zu den aktuellen sockelarm 5 pendants und da sieht es dann schon ein bisschen zackenduster aus wenn ihr denselben soundchip drauf habt und dann zum beispiel eben leider nicht die möglichkeit habt ein 5.1 system anzuschließen und damit sind wir durch mit allen relevanten internen sowie auch externen anschlüssen auf dem msi b 550 a pro falls ein für euch wichtiges detail unerwähnt geblieben ist dann kein problem schreibt mir in die kommentare und dann versuchen wir natürlich das ganze auch noch zu klären na was haltet ihr jetzt vom msi b 550 a pro ist das für euch eine sinnige platine die ihr für euren gaming pc sucht ich kann es euch sagen wenn ihr einen rechner bauen wollt der für full hd und maximalen details geeignet ist aber keine 1000 euro und aufwärts kosten soll dann kommt ihr um so eine platine nicht drum herum es gibt natürlich auch noch von asus gigabyte und s rock und biostar so viele mainboard hersteller gibt es ja nicht genauso sehr gute angebote könnt ihr auf jeden fall auch bei denen zuschlagen es ist natürlich auch immer wieder wichtig was ihr an anschlüssen benötigt schaut einfach danach es gibt natürlich auch ein paar unterschiede zwischen den herstellern der eine bietet vielleicht ein paar sata steckplätze mehr der andere ein paar usb steckplätze mehr vielleicht hat der eine ein paar mehr usb 3.0 auf der rückblende das msi board hat ja mit den 4 usb 2.0 ja schon sehr viel von den alten steckplätzen falls ihr sowas nicht mehr benötigt dann könnt ihr natürlich auch bei einem anderen hersteller gucken das steht logischerweise außer frage unterm strich kann man ganz klar sagen alle mainboards von sockel am 4 die so um die 90 bis 100 euro maximal kosten sind ähnlich ausgestattet und eigentlich auch ihr geld wert vor allem im vergleich zu den aktuellen sockel am 5 platinen und damit sind wir jetzt auch durch mit dem heutigen guide wenn es euch gefallen hat dann würde ich mich auf jeden fall riesig darüber freuen wenn ihr mir einen daumen hochgebt wenn ihr mir ein abo da lasst hier an der ecke und die glocke aktiviert verpasst ihr keine weiteren hardware videos es wird nächste woche schon wieder weitergehen mit dem nächsten video wenn ihr es nicht verpassen wollt dann unbedingt ganz schnell die glocke aktivieren und dann sehen wir uns vielleicht schon nächsten samstag wieder ich würde mich freuen wenn ihr wieder mit einschaltet bis dahin macht's schön gut und ciao bis zum nächsten mal